Oh, der hatte einen guten Start. Besser als ich. Soll ich Nuka? Ja. Die alte Schlinge. Auf gute Linie. Kaum abgekürzt. Und da bin ich drin. So, jetzt bin ich vorbei. Uh. Ich bin lieber hoch. Hey. Yo, Teufel, Nuka. Meine Fresse. Das gibt's doch gar... Was machten? Er ist ganz der Alte. Boah, ey, das kann doch nicht dem sein Ernst sein. Boah, meine Fresse. Na klar, noch einster Juncker. Jo, der hat die Schikale in Spanien schön abgekürzt, ne? Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob dem das so Spaß macht. Mann, weiß es nicht. Wie ist der jetzt vor mir rausgekommen? Muss ihm ja wohl Spaß machen, sonst würde er ja nicht F1 zu den 13, 14... 12 auch. ...alles durchspielen. Hat er sich jetzt selbst ausgebremst? Na, okay. Ey, Teufel, Nuka, lass den Scheiß! Seit wann ist Teufel, Nuka, Deutscher? Das war gut, ja. Loll, er wurde disqualifiziert. Nein. Da fliegst du. Da fliegst du. Da fliegst du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018